Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir sind mal wieder im Moviepark mit dabei. Einmal Coaster Review und Moviepark Germany Freak. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mit dem Haifol gefahren und mit Ironclaw. Die beiden hatten auch schon eine private Fahrt auf Star Trek. Und jetzt geht es für uns erstmal durch Hollywood, glaube ich, oder? Ja, ja. Let's go. Da Excalibur erst um 11 Uhr öffnet, gehen wir jetzt auch erstmal zur Studiotour. Da sind nur 10 Minuten angegeben. Nach der Studiotour geht es jetzt für uns erstmal auf Excalibur. hier ist schon ein bisschen was los auf jeden Fall. Excalibur war jetzt ganz in Ordnung. Wir wurden nicht ganz so nass, bis auf Leon. Der hat ein bisschen was an die Schuhe gekriegt. Wurdest du nass? Nein, ich wurde nicht nass. Wir gehen jetzt erstmal zu den New York Transformer, zu den Topsten von Hus. Dort starten wir nämlich jetzt gleich an unseren Livestream. Wie gesagt, bei denen auf TikTok einmal Moopa Germany Freak. Hi. Und Coaster Review. Hallo. Und bei mir könnt ihr den auch auf YouTube schauen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch online lasse. Werden wir mal sehen. Das ist eigentlich schon ein Kamera-Effekt. Was ist das? Hä? Wo gehen wir gerade hin? Zur Standshow eigentlich, aber wir laufen gerade auf dem Kamera. Okay, weil wir laufen in die falsche Richtung bis hin. Wir wollen zur Standshow eigentlich schon. Okay, gut. Andere Richtung. Ich dachte, wenn du schon so schön erzählst, dann kannst du doch für alle Weißfilms einmal nehmen. Das kackt mir das immer auch kacke. Ich will gar nicht wissen, wie viele mobile Daten ich gerade verbrauche. Ich auch. Blah, klärt-lache, blah, klärt-lache, klärt-lache. Blah e convicted. Blah, klärt-lache, blah, klärt-lache. Blah, klärt-lekek. Nach der Stunt Show Operation Red Carpet gehen wir jetzt zu Star Trek, vierte Runde. Ja, für mich erste Runde jetzt heute, aber die hatten ja schon, die konnten einfach sitzen bleiben. Wir sind jetzt gerade Star Trek in der ersten Reihe gefahren, also zumindest Leon und ich und der Mopedja-Freak ist in der zweiten Reihe gefahren. Ja, ich war ganz einsam. Jetzt geht es erstmal für uns zu Bandit. Bei Bandit sind 20 Minuten Wartezeit angegeben und die fahren auch nur um Einzugbetrieb. Deswegen war uns das jetzt ein bisschen zu voll und wir gehen jetzt erstmal zum Highfall und danach zu Area 51. Aua Junge! Aua Junge! Aua Junge! Leon ist jetzt gerade das erste Mal mit dem Highfall gefahren. Wie war's? bei area 51 sind 25 minuten angegeben und das ist jetzt ein bisschen zu voll für uns deswegen reden wir wieder zu star trek das sind fünf minuten jetzt geht es erstmal wieder auf star trek 5 minuten wie gesagt angegeben zweizugbetrieb und wir versuchen es mal wieder mit dem 360 grad video hat ja bis jetzt leider nie geklappt war so zu trinken ja ihr könnt es euch denken natürlich hat es nicht funktioniert mit dem 360 grad video aber wir gehen jetzt erstmal hier auf den highfall und leon hat sich tatsächlich dazu entschieden direkt doch mal zu fahren also kann es ja nicht so schlimm gewesen sein oder das war mal die richtige einstellung sitz Wir kommen jetzt gerade vom Highfall, war wie immer ganz gut, Leon hat seine zweite Fahrt überstanden und Rotar Germany versucht jetzt hier einmal sein Anbau zu machen. Ja, ich hab's ein bisschen verpennt. Das ist bestimmt schon der sechste oder siebte Take. Entschuldigung, dass ich Anstrenger bin. Ja, alles gut. Das ist mein erster Block. Warte auch in der Tower? Wir würden schon ein bisschen besser mit der Anstelle. Aber die Bestandung ist halt extrem krass, ne? Die anderen beiden wollen jetzt unbedingt Bandit fahren, haben da dann noch 5 Minuten angegeben. Wir sind jetzt auch im Zweizugbetrieb fahren. Tu es mir jetzt an, ab auf Bandit. Bandit war wie immer, naja, was sagt ihr, ich fand es nicht so toll? Das war mega. Kein Kommentar. Man musste letzte Reihe setzen, das war echt ganz so toll. Er hat die ganze Fahrt nur geschrien. Ja, wirklich, ne? Das war, Bruder, das war ein Schreier. Ja, das waren sie bei uns allen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal auf eine Attraktion, die uns ein bisschen nass macht. Wahrscheinlich dauer. Naja, auf dem Weg liegt jetzt hier erstmal der New York Transformer. Deswegen gehen wir da jetzt mal ein bisschen drauf. Was sagst du, wie viele Überschläge machen wir? Ein, weil wir die anderen nicht schaffen können. Ein Überschlag ist jetzt das Gebot. Ich hör mal nochmal das von Mopat Jetli. Wie viele Überschläge schaffen wir? Fünf. Fünf? Ja. Fünf und Einzel steht im Gebot. Aber ich meinte jetzt insgesamt privat. Was denkst denn du? Ich sag zwei. ia Ich sag zwei. So, ich hatte recht mit zwei Überschlägen. Wir haben zwar ziemlich viele Hangtime gehabt, aber richtige Überschläge haben wir zweimal geschafft. Und jetzt geht es auf Area 51. Wir wollen nämlich alle mal ein bisschen nass werden. Wir kommen jetzt gerade von Area 51. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen nass geworden, aber ich hätte es jetzt schon mal gedacht in der ersten Reihe. Wie nass bist du gewonnen? Gar nicht eigentlich. Nur meine Tasche hat alles abbekommen. Ja, ich habe mal ein bisschen mein zweites Club abgekriegt. Im Phantasia-Land-Video waren wir auf jeden Fall erstmal auf Taron als Trockner. Hier muss wohl der High voll. Wieso trocknen, wenn wir noch gar nicht richtig nass sind? Deswegen geht es jetzt auf Excalibur, dass wir noch ein bisschen nasser werden und uns danach dann auf dem Tower trocknen. Ich meine, muss ja auch lohnen, ne? Ja, muss ja auch lohnen. Genau. Dora wollten wir eigentlich machen, aber da sind 40 Minuten Wartezeit, deswegen Excalibur nur fünf Minuten. Excalibur war tatsächlich ein bisschen nasser bei mir zumindest als Area 51. Wie sieht es bei den anderen aus? Mein Rücken ist komplett nass. Mein Rücken ist komplett nass. Zutarnässe gerade mit ein paar Leuten im Boot. Gut schwer. Man sieht ja meine Hose ein bisschen. Man sieht gerade sogar nicht, aber es war nass. Ja, meine Schuhe sind auf jeden Fall ein bisschen nass geworden und wie gesagt, jetzt geht es zum Trockner, dem Tower. Hi, Frau, wie immer ganz gut. mittlerweile gefällt hat den Leon auch ganz gut. Hallo. Die anderen beiden sind gerade auf Branded und ich schaue mir hier diese Santa Monica Peer-Show an. Wir gehen jetzt erstmal auf Star Trek, natürlich wieder ohne Pre-Show hier, aber in Zweitzug bitte. Ready for take-off. Star Trek bin ich jetzt in der vorletzten und die beiden in der letzten Reihe gefahren. War wie immer ganz gut und jetzt hier auf Leons neues Lieblingsfahrgeschäft, den Tower. Du bist kein Operator, tue nicht so. Ja, die Tower ist meine Lieblingsattraktion. Das ist natürlich Star Trek. Wir gehen jetzt mal und gucken bei Van Helsing, ob es da voll ist. Wenn nicht, fahre mir das und dann machen wir nochmal als Grand Finale den Tower. Nein, Studio Tour. Nein, Tower. Was hört sich los? Hört sich auf den. Hier gibt es auch kleine Diskussionen. Wir schauen mal. In 10 Minuten schließen die Attraktionen. Das heißt, wir haben jetzt nochmal die Wahl, was wir machen. Wir überlegen gerade Star Trek oder Tower, vielleicht sogar beides, aber das könnte sehr knapp werden. Was würdest du denn, du, bevorst? Ja. Tower an der Nachtgerechtzeit. Wir schaffen das. Ich bin optimistisch. Bist du auch optimistisch? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie nicht so optimistisch, weil wir müssen da noch hinlaufen. Und wie gesagt, 10 Minuten Attraktionsschließung, Towerfahrt 2-3 Minuten und dann auch noch Star Trek. Wir werden es sehen. Jetzt noch mal was ganz anderes, weil wir heute noch nicht Van Helsings gefahren sind. Geht es jetzt hier auf die Indoor Achterbahn von Gerslauer. Van Helsing ist doch viel zu voll. Da würden jetzt nochmal 30 Minuten stehen oder so. Haben wir jetzt auch keinen Bock drauf. Und deswegen geht es jetzt zu Star Trek. Also Tower wird auf jeden Fall nichts mehr, wenn wir uns jetzt anstellen. Star Trek leider auch viel zu voll. Also geht es jetzt doch zum Tower. Wir können jetzt noch zweimal Leons Lieblingsattraktion fahren. den Highfall einmal vorletzte Fahrt und letzte Fahrt des Tages. Und jetzt verlassen wir den Park. Gehen zur Bahnstation. Habt ihr noch was zu sagen? Ciao. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Und schon bei mir vorbei. Genau, schaut auf jeden Fall nochmal auf den Kanälen vorbei. Hier, Leon hat jetzt irgendwie seinen Vlog einfach aufgegeben. Aber hier vom Opa Jobfreak gibt es auf jeden Fall einen Vlog. Natürlich. So, jetzt, ciao Leute. Da waren alle Räume. Ich bin groß, ich bin groß. Untertitelung des ZDF, 2020